Toll, jetzt ist er total umregend, das ist kacke, das gefällt mir nicht. Jans und Janischt. Von dem können wir uns jetzt nichtmals mehr zurückziehen, das ist echt beschissen gerade. Nur drei Punkte, toll, echt. Aber die sollten wir schnell kaputt kriegen, steht ja so blöd da rum. Ist ja so schlecht positioniert, die Fledermaus. Die Fledermaus. So nützen die so schwach gegen Mail, das hab ich echt gut gemacht. Haha. Ah, gehen wir jetzt schon mal. Ja, ganz so super ist es jetzt nicht, wenn ich endlich haben möchte, aber besser als gar nichts. Acht Punkte. Diesen neuen Zauberstab ist echt stark. Boah, schon Level 7, ey, wie geil. Boah. Scheiße. Ich übe. Ah, ne, praktisch. Ja, praktisch für sie. Ja. 10 Minuten. Atantage. Mittags. Ah, zum Glück ist sie auch nicht so stark. Die Fledder-Maus. Ich dachte, das zieht jetzt wieder so viel gegen Tau ab, aber es ist ja noch nicht so wild gewesen. Ah, was ist hier los? Hm. Hm-hm. Das ist auch schon mal Geschichte. Die Fledder-Maus. Die Fledder-Maus. Oh Mann. Acht Punkte mit einer normalen? Boah. Der neue Zauberstab gefällt mir echt super. Hm. Dudel-Dudelrei. Aha. Und gut. Ja, es geht hier vor. Ja, ja. Jetzt können wir erstmal wieder alle machen. Da. 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 Na ja, gut, müssen wir mal so heilen. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Hm, der befindet sich schön, schön. So, weg mit dem Mist, finde ich. Ach so, Hans hätte ich abgreifen können. Also, hab ich mal wieder gebennt. Ja, gut. Oh, oh. Eine lange Reihe, bitte. So, komm, uns werden nur einen an. Ey, cool. Das ist nicht cool. Ey, das ist noch viel besser. Ja, das ist sowas feines jetzt. Gut, hat sich ja das gelohnt. Ich habe das gelohnt. So, ja. Untertitelung des ZDF, 2020